Malele ist eine super Aktion der LVZ, wo man sich selbst entdecken kann als Maler, aber wo man natürlich auch kreativ sein kann. Und es dient einem guten Zweck. Sie können, indem Sie die Bilder kaufen, helfen Kindern, die in Not sind, Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Und deswegen malen Sie nicht nur mit, sondern kaufen Sie und damit tun Sie sich und den Kindern etwas Gutes.